Ab jetzt muss ich für eine Weile mein Geld ein bisschen auf der Seite liegen lassen. Das heißt, theoretisch gäbe es so schnell keine neue in der Sammlung. Hier gibt es aber ein Stäpelchen, das ich euch noch zeigen kann, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt, ja eigentlich bis vor ein paar Tagen, ein paar Wochen schon zusammen gesammelt habe. Weil eigentlich ist das letzte neue in der Sammlung ja schon ein ganzes Weitchen her, weil ich danach eigentlich nicht so viel kaufen wollte und ich wollte keine neue in der Sammlung machen und ich wollte ganz viele Dinge nicht und jetzt mache ich es. Jedenfalls ist das erstmal ein ganz herkömmliches neue in der Sammlung mit einer ganzen Menge Spielen. Ist wieder sehr Playstation-lastig, sagen wir mal so, weil von 1 bis 4 ist alles dabei. Aber sogar Switch-Spiele, ja ich besitze eine Switch. Und was das alles ist, das, damit will ich nicht so lange drum rumfaseln, erzähle ich euch nach dem Boom Boom Intro. Ein wunderschönen guten Morgen, Malz, ja guten Abend, oder einfach moin moin und herzlich willkommen zu Neu in der Sammlung. Oder Neu im Regal. Man könnte es auch mal Neu im Regal nennen, weil diese Spiele, alles was so Playstation 1 bis 4 ist und Switch und wenn es mal Xbox 360 ist und tralala, wandert ja eigentlich immer ins Regal. Ist auch immer so schön da jetzt hinzuzeigen, wenn ihr das nicht sehen könnt, aber ihr kennt das ja. Nichtsdestotrotz, es hat sich ein kleines Häufchen angesammelt, das gar nicht mal so klein ist. Deswegen fangen wir mal einfach. Also so ganz grob. Von alt nach neu. Ja, es ist so. Eigentlich müsste Switch als letztes kommen, weil die Switch ja nach der Playstation 4 erschienen, aber da ich die Playstation 4 Pro habe, ist ja auch völlig egal. Von alt nach neu. Wir beginnen mit Beavis and Butthead in Virtual Stupidity. Da werden sich einige jetzt vielleicht fragen, was ist das, warum gibt es das überhaupt und ich entschuldige mich schon mal vor Wege, ich habe den Autofokus angelassen, das heißt, wenn das jetzt hier mal nicht hinterherkommt. Das ist eigentlich, glaube ich, ein Japan-only Point-and-Click-Spiel. Warum lehne ich mich eigentlich so in die Kurve? Wenn ich mich nicht so in die Kurve lehne, habe ich hier schön Platz, um Gameplay einzubetten. Beavis and Butthead, ich muss gestehen, ich habe mit den beiden Jungs gar nicht so viel am Hut, waren die so der größte Fan davon, aber vielleicht erinnert ihr euch an dieses Logo, da, hier, hier, ne, da, Playstation The Collectors Club. Es gibt auf Facebook eine Gruppe, Grüße gehen raus an Murat, falls ihr meine Videos jemals sieht, weiß ich gar nicht, weil ich teile die in einer Gruppe nicht. Der macht Spiele, presst sie auf Disc und bastelt Hüllen zu spielen, die es eigentlich so nie Retail gab und gab es das wahrscheinlich, das gab es Retail in Japan, aber hier ist jetzt eine englische Fan-Übersetzung. Weil, wie gesagt, ein ziemlich skurriles Point-and-Click sein, habe ich persönlich noch gar nicht reingeguckt, deswegen sehen wir zusammen quasi, also ich beim Schnitt und ihr beim Gucken, an der Seite, ähm, an der Seite Gameplay-Material, an der Seite, und ich, ich wackele immer hier so rüber, ne, ich weiß nicht, ob ich eine leichte Rückenfehlhaltung habe. Irgendwann ist das so ein Projekt, äh, es gibt Projekte, da bin ich nicht immer gleich dabei, ähm, aber da dachte ich, Point-and-Click, da kann man nicht viel verkehrt machen, Englisch kriege ich gerade auch noch hin. So, kommen wir zu zwei Playstation-Titeln, Schnäppchen, äh, ja, eigentlich durchaus Schnäppchen auf Twitter, von der Menschen, dem ich persönlich gar nicht folge, ich weiß gar nicht, warum ich da sogar gestolpert bin, fangen wir mal mit dem Spiel an, das ich gar nicht unbedingt, von dem ich, a, nicht wusste, dass es das gibt, und b, das gar nicht unbedingt hätte haben wollen, aber da ich dann gesehen habe, dass es das gibt, und es kein, ähm, Platinum ist, weil ich habe den ersten Teil davon als Platinum, und ich bin am Anfang, die sind beide, nicht dediziert, wie heißt das, indiziert, in Deutschland nicht erlaubt, Lange Rede, kein Sinn, muss ich das nennen, hier, State of Emergency 2, und die 2 sagt es schon, es ist natürlich der zweite Teil einer Reihe, und da muss ich jetzt komplett auf dem Gedächtnis zitieren, ich glaube, das ist einfach nur, dann rennt durch die Stadt, also, ich glaube, sogar open-worldig, sehen wir beim Gameplay, und sogar deutscher Text drauf, alles umkloppen, irgendwie, Bankgräube, lassen wir mal gucken, was ich hier hinten schon jetzt drauf, Vor vier Jahren kam die repressive Kooperation stärker brutaler als je zuvor wieder an die Macht, folgt Spanky und seiner Kohorte, um die Flammen der Revolution zu nähern, und die Kooperation in dem totalen State of Emergency zu treiben, eine Reklamation, wie heißt das Board, eine Revolution, sieht jeweils sehr spaßig aus, ich habe den ersten Teil nie sonderlich lange gespielt, aber, also, ich denke, ich glaube, ein Zehn hat mich das gekostet, genau, wieder der nächste Teil, und dafür habe ich jetzt einfach meine Sammlung gepackt, weil, da stolpert man so leicht nicht drüber, das findet man nämlich nicht auf Ebay, genauso wie das nächste, das habe ich aber tatsächlich schon mal gesucht, das habe ich zwar auf Good Old Games als PC-Digitalversion, jetzt aber auch für die Playstation 2, daran erinnere ich mich nämlich noch halbwegs, nämlich an Total Overdose, und zwar ist Total Overdose quasi so eine Art Saints Row, bevor es Saints Row gab, ein GTA-Klon im Mexiko, wir haben hier, als El Gringo Loco, Ramirez Cruz, zerstörst du in einer mexikanischen Unterwelt, in einem Blei- und Tequila-haltigen Abenteuer, oder, was, naja, also auf jeden Fall, Open World, wir sind ein Gringo, es spielt in Mexiko, und ich habe das als ziemlich geil in Erinnerung, wir werden beim Gameplay sehen, ich werde irgendwann mal sehen, wann, wann das, ich werde da irgendwann mal reinschauen, würde ich sagen, dann werden wir sehen, wie gut das ist, so rum, jedenfalls auch, glaube ich, finde ich, alle beide zusammen, glaube ich, 20 oder, ja, also es war jedenfalls günstig, ich habe das auf Twitter gesehen, habe gedacht, du eigentlich willst du nicht, eigentlich willst du nicht, also eigentlich willst du nicht, dann habe ich auf Ebay, also zumal ich das ja eh schon haben wollte, habe ich auf Ebay mal geguckt, ist ja so mal, bei alten Titeln so die maßgebliche Quelle, was man so bezahlt, Fusselnhalte, entschuldigt bitte, ähm, und habe dann gesehen, das war echt ein gutes Angebot von ihm, und der Zustand ist halt auch geil, mit Anleitung und CD, logischerweise, ab 18 ist auf Ebay eh schwierig, deswegen mit in die Sammlung gewandert. Jetzt sprechen wir mal ganz kurz über ein Steelbook, das ich habe, weil die Collectors Edition nicht so günstig war. Ich weiß nicht, wer das hier kennt, das ist das Steelbook zu Dark Souls 2. Jetzt kann man sich vielleicht mit Recht fragen, ich habe ja die Dark Souls Trilogy für die Playstation 4, warum ich mir das hier gekauft habe, das sage ich euch, weil ich nämlich nie an eine Collectors Edition gekommen bin und jetzt den guten Freund hier habe. Da gab es auch kein Unboxing zu, weil Unboxing guckt eh keiner, aber das ist die, ach, ich weiß nicht, also Collectors Edition, wie gesagt, für die Playstation 3 war es, und da war dieser gute Mensch drin, jetzt habe ich nämlich endlich mal aus dem Souls-Universum eine Sammelfigur, sage ich es mal, und deswegen habe ich mir, ich habe das für 60 Euro, 70? Das ist 80 gewesen, also ich glaube, das wäre immer noch unter Neupreis auf Ebay ersteigert, was das ersteigert ergattert hat, da habe ich gedacht, klar, warum verkauft das immer so günstig, nehmen wir, deswegen gar nicht so lange drum herum geredet. So, nun haben wir drei Playstation 3 Spiele, wovon zwei stumpf fürs Regal sind, nämlich zu zwei Spielen, die ich auf dem PC schon früher, also vor langer Zeit, mal relativ ausgiebig gespielt habe, und ein Spiel, wo ich einfach mal wissen wollte, wie es ist, weil es einer der wenigen Disney-Filme ist, den ich, ist das überhaupt ein Disney-Film, ist das ein Pixar-Film? Ja, Disney-Pixar ist das gleiche, ein Disney-Pixar-Film ist, den ich wirklich mag. So, erste Spiel im Bunde, das erste Lost Planet, ist hier irgendeine spezielle? Nee, Extreme Conditions, wie gesagt, für die Playstation 3, ich muss das jetzt ein bisschen hier hinhalten, ist ein Third-Person-Shooter auf einer fremden Welt. Ich kriege die Geschichte gar nicht mehr so, auf jeden Fall sind die irgendwie ausgewandert, die sind ja auf einem anderen Planeten, und da sind so komische Insekten-ähnliche Viecher, die uns natürlich ans Leder wollen, und wir stoppen da durch die Gegend und metzeln den Kram ab, müssen dabei auf die Temperatur unseres Anflugs achten, witzigerweise können wir die Energie der Gegner absorbieren, um damit die Temperaturen in unserem Anzug zu regulieren, und so weiter und so fort. Ist lange her, dass ich es gespielt habe, ich habe das letztens mal auf dem PC versucht, aus engeren Grund funktionierte das nicht so richtig, ich glaube, das lag daran, dass ich da noch den mega breiten Bildschirm hatte, aber nichtsdestotrotz, das so, ich will nicht ausschließen, dass ich es nicht mal auf der Playstation-Konsole spiele, geil wäre natürlich, wenn ich Playstation 5 auch Playstation 3 spielen könnte, aber egal, ich habe hier eine Playstation 3, möchtest du da mal irgendwann reingucken, hier kann ich halt jede Zeit aufnehmen, weil ich hier mal eine Ecke mit Ruhe habe, und wenn ich das mal einwerfe, oder jemand Bock drauf hat, da kommen demnächst nochmal Infos, weil wenn ich jetzt hier sage, ich habe hier nicht mehr Bock auf Gameplay, ich sage es mal an dieser Stelle, das gucken ja viele Leute zu, auf diesem Kanal wird es Gameplay, so wie ihr es bisher kanntet, nicht mehr geben. Das heißt, wenn ich mal Bock haben sollte auf dem Let's Play, wenn ich mal Bock haben sollte auf dem Angezockt, oder was so, 15 bis 20 Minuten, oder eine Sessionstunde, anderthalb Stunden, wenn ich irgendwas wirklich, in Anführungsstrichen, live spielen möchte, also spielen und während des Spielens labere, dann wird das hier nicht mehr stattfinden, sondern auf einem anderen Kanal, aber das zu einem späteren Zeitpunkt, mal sobald ich da tatsächlich mal was gemacht habe. So, nächstes Spiel, auch auf dem PC recht lange gespielt, auch durchaus Spaß mitgehabt, ist glaube ich auch so ein Geheimtipp, wie ich es nicht nennen, aber glaube ich besser, als viele Leute vermuten würden, nämlich Bionic Commando, auch für die Playstation 3. Entschuldige für diese Reflektion, aber ich weiß aber nicht so genau, wie ich das in die Kamera halte, damit man das nicht sieht, so. Auch das ist ein, ja sozusagen, Third-Person-Shooter, Plattformer, da ist halt das Gimmick, dass er so einen bionischen Arm hat, mit dem man sich auch durch die Gegend schwingen kann, wir sind also quasi ein moderner Tarzan, der sich in einer relativ untergegangenen Welt durchkämpft, ich weiß gar nicht, steht irgendwo Spannendes drauf, zuerst haben sie ihn ausgenutzt, dann haben sie verraten und jetzt ist er ihre letzte Hoffnung, naja gut, irgendwie, auf jeden Fall ist das glaube ich so ein bisschen Endzeit-Szenario, das kann man glaube ich tatsächlich noch auf dem PC 3 spielen, ich glaube, man muss, wenn man halt nicht so der Mega-Grafik-Fetische ist, also das Spiel macht Spaß, da kann ich jetzt nicht mehr ganz so viel zu sagen, das ist noch länger her, als, ähm, was war das davor? Lost Planet. Und was ich leider noch gar nicht gespielt habe, was eigentlich immer schade ist, sollte ich mir vielleicht mal angewöhnen, so für, für das neue in der Sammlung, dass ich auch sagen kann, ja, ist so und so und so, das ist das besagte Spiel, das auf einem Disney-Pixar-Film basiert, wo ich mir auch hoffe, dass es vielleicht ganz lustig ist, weil der Film, ja, ist lustig, ist traurig, ist nachdenklich, wie auch immer. Ich habe mir WALL-E, WALL-E für die Playstation 3 geholt. Der erinnert wahrscheinlich nicht nur zufällig, so ein bisschen an Nummer 5, falls ihr das noch kennt, Nummer 5 lebt und Nummer 5 kehrt zurück oder so. Jetzt kann ich hierzu tatsächlich gar nichts sagen. Ein kleiner Roboter, ein ganzes Abenteuer. Ich kann sagen, der Film, ja. Der Letzte räumt die Erde auf, WALL-E, der kleine Roboter, wird auf der Erde zurückgelassen, die schon längst von der ganzen Menschheit verlassen wurde, um aufzuräumen. Er sortiert Müll und dagegen immer Schneestürme und er sammelt Sachen, Überbleibsel aus einer alten Zivilisation, die ja noch woanders lebt, aber jetzt in Wäldern auf so einer Raumstation. Dann kommt irgendein kleiner Roboter, der auf die Erde, um zu gucken, ob die schon wieder lebensfähig wäre. Die werden immer in reglermäßigen Abständen von dieser Raumbasis weggeschickt. Auf der Raumbasis sind schon alle Menschen ganz dick und nun auch vorne und leben quasi nur noch in einer virtuellen Realität und fahren nur noch in so Hover-Luftmatratzen, sage ich jetzt mal. Ich denke, den Film kennt ihr. Und ich denke, hier wird ein bisschen abgewandelt vielleicht den Film nachspielen. Und da der ja sowieso schon animiert ist, kann das Spiel eigentlich nicht so schlecht gealtert sein, hoffe ich. Weil die Playstation 3 kommt wahrscheinlich vielleicht nicht an der Filmgrafik an, aber ich hatte mal Lust. Ich wollte mal, dafür, dass jemand wissen wollte, wie es ist, müsste ich vielleicht auch mal reingucken. So, kommen wir nun zu drei Switch-Spielen. Ich glaube, allesamt sind euch da draußen schon bekannt. Naja gut, zwei sind denen bekannt, die auf meinem Discord sind. Link in der Videobeschreibung, falls ihr Bock habt, mit mir zu quatschen. Und ein zu einem Spiel habe ich schon ein Video gemacht. Fangen wir an mit Kirby und das vergessene Land. Land, Land, Land. Land. Ein Kirby-Spiel endlich mal in 3D. Ist auch ziemlich knuffig, macht Spaß. ist halt, man hat halt diverse Fähigkeiten. Ich finde, tatsächlich diese Mega-Fähigkeiten schwanke ich so von witzig zu albern. Weil man kann da auch, ich weiß nicht, ob das jetzt bei so einem Spiel der Spoiler geht, aber Schränke einsaugen, Treppen einsaugen, ein Auto. Das Auto kommt übrigens dafür, dass das erste, zweite und dritte Trailer gezeigt wurde, ziemlich früh im Spiel. Aber ansonsten halt auch kann man zu einem Stachel, zu einem Igel werden oder so. Man kann Schwerter schwingen, man kann Feuer spucken und so weiter und so fort. Und muss natürlich verschiedene Fertigkeiten durchaus für verschiedene Bereiche nutzen, für verschiedene Bereiche nutzen, damit man, wenn man im Level alles haben möchte. Wo ich nicht so ganz klar drauf komme, aber gut, das ist natürlich beim so knuffigen Helden, muss das wohl sein, dass die Gegenspieler, also die bösen Viecher, bis auf die großen, die sind, das ist ja, keine Ahnung, ein Affe oder weiß ich was für Viecher, aber so die, die ja generell entgegentreten, sind kleine Hunde. Jetzt hätte ich eigentlich gern auch die, die Rasse genannt. Also ich kann man die hier drauf sehen. Natürlich nicht, die Spoiler machen ja nicht, die Gegenspieler. Aber die Spoiler an einem schon, dass man hier ein Auto werden kann, dass man ein Segel werden kann, dass man das Segel für ein Schiff ist und so weiter. Aber als ich gesehen habe, Kirby kommt in 3D, muss ich das kaufen. Und das andere, davor bin ich immer ein bisschen rumgeschlichen, aber ich weiß auch, dass ich die, die normalen 2D-Ableger, die ähneln sich immer so ein bisschen, die spiele ich nie lange. Das habe ich jetzt natürlich auch nicht so ewig gespielt, aber ich glaube, ich bin in der zweiten Welt und, nee, schau mal, das ist immer so zwischendurch mal. So, dann 2 Spiele, um die ich auch schon lange rumgeschlichen bin und immer drauf gewartet habe, dass sie günstiger werden. Bei Nintendo. Ein Spiel davon ist tatsächlich günstiger geworden, nachdem ich es gekauft hatte. In langer Rede, gar keinen Sinn bräuchte ich auch kann, nicht viele Worte zu verlieren. Mario Kart 8, Deluxe, 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 wie auch immer. Ihr kennt es, ihr liebt es oder ihr liebt es nicht. Bevor jetzt jemand kommt, ich habe mir das nicht geholt, um mich, also noch nicht, ich habe mir das nicht geholt, um mich jetzt schon online verhauen zu lassen. Ich ärgere mich so schon, ich spiele jetzt erstmal gemütlich die Cups, nach und nach, was ja schon recht ein paar sind, weil ich auch Nintendo Online abgeschlossen habe und dadurch habe ich ja so ein paar, was hat man, acht Cups oder zehn Cups, glaube ich sogar, zehn Cups, vier Strecken, was schon 40 Strecken sind. Ich bin erst mal 50 Kubik, muss ja noch 100, und bevor ich nicht ordentlich ein paar Teile freigeschaltet habe und ein paar schnelle Autos, werde ich mich nicht mit Leuten da draußen messen, wie Fenschi, die dauernd mit Link durch die Gegend fahren und mit irgendeinem Auto aus F-Zero, das ich noch gar nicht habe. Dementsprechend das endlich mal einfach mal gekauft. Und um das andere war ich, auf das nächste Spiel war ich schon gespannt, also es hieß, es gibt ein eigenes Spiel und fand ich schon spannend, als ich das erste Mal in Super Mario 3D World auf der Wii U gesehen habe. Ja, dort gab es andere Level-Einlagen, wie so kippig ein Spiel, also so zu heute. Vielleicht wisst ihr schon, wovon ich rede, nämlich Captain Toad Treasure Tracker. Das ist ein kleines Knobelspiel, ich denke bei Nintendo muss ich vielen von euch daraus nichts sagen, in dem wir Captain Toad spielen und die Welt quasi drehen müssen. Wir haben so kleine 3D-Weltareale, wo wir mit unterer Ebene verschieben müssen, wo wir links und rechts drehen müssen, wo wir ein paar Gegner haben, die wir auf den Weg gehen müssen und so. Ihr seht das ja wahrscheinlich am Gameplay. Ist halt ein Rätsel, ja Plattformer würde ich es nicht mal nennen, weil springen kann er nicht, weil man ist angewiesen auf Leitern, darauf angewiesen, dass man Ebenen verschiebt, dass man Plattformen dreht und so weiter und es ist manchmal gar nicht ohne und ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich versuche, man kann nämlich irgendwie immer 3 Sterne kriegen oder so, also eine bestimmte Anzahl an Sternen glaube ich pro Level und kann es dann nochmal spielen und kann so ein 8-Bit-Mario in dem Level suchen, der manchmal ganz schön beknackt versteckt ist und nur akustisch über ein akustisches Signal signalisiert wird. Momentan bin ich noch so, dass ich versuche, in jedem Level alles zu kriegen, was dazu geführt hat, dass ich das Loren-Level schon ziemlich früh kommt, falls ihr es kennt, bestimmt 5- oder 6-mal spielen musste, bis ich überhaupt mal geschnallt habe, wie und was und... naja, das ist immer so für zwischendurch, wie Nintendo für mich generell immer so für zwischendurch ist und das sind alle 3, finde ich, perfekt für verschiedene Stimmungen, für zwischendurch und so, jo, in die Sammlung gewandert. So dann, jo, wie fangen wir denn an? Wir fangen mal mit einer lang verschollenen Bestellung an. Ich glaube, vor 2 Jahren habe ich das erste Mal Geld investiert in ein... genau genommen in 2 limitierte Spiele, in eine Spielserie, die für Playstation 4 portiert werden sollte von Strictly Limited. Das Ganze hat nun sehr, sehr lange gedauert. Strictly Limited ist ja die deutsche Variante quasi von Limited Run. Insofern ging wenigstens, als es hieß, der Versandbeginn, ging das von da an ziemlich schnell und ist auch mitunter günstiger, weil die haben nicht so hochwertige Spiele, würde ich behaupten und man spart als deutscher Versand. Lange rede, gar keinen Sinn. Ich habe ziemlich lange gewartet auf die Turrican Anthology 1 und die Turrican Anthology 2. Auch da habe ich tatsächlich noch gar nicht reingeguckt, aber für mich stand fest, ich glaube, jedes irgendwie 35 Euro oder so oder 25, nee, ich glaube 35. Ich weiß gar nicht, ob man die immer noch kriegt, könnt ihr gerne gucken. Jetzt müsste das im Versand ja schnell gehen. Es gibt inzwischen auch eine Turrican Collection da draußen, aber da die ist abgespeckt, da und soll auch gar nicht ganz so toll sein. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, wie gut die hier sind, aber ich habe von Turrican durchaus spannend. Ich habe es ja auf dem C64, glaube ich, mal angespielt, aber ich muss gestehen, mit Joystick ja, ist nicht so meins. Deswegen dachte ich prinzipiell Run and Gun, so ein bisschen Contra-Pro-Botector-mäßig, habe ich schon Bock drauf und hier ist halt alles Mögliche draußen. Ich habe das nie sehr ausgiebig gespielt, aber ist jetzt tatsächlich auch nicht so viel wert, sondern da hatte ich einfach mal Bock drauf. Das war eines der wenigen Drift, die limitiert oder limitiertens Spiele, wo ich dann mal selber Zuge geschlagen habe und mich danach schon fast beschlossen habe, das war es noch, als ob man zwei Jahre drauf warten muss, aber man weiß es nie. Ich hätte eigentlich gerne bei den Zusätzlichen, bei den Bonuslevels von Doom zugeschlagen, aber irgendwie, naja. So, dann muss ich hier an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob du mich schaust, an Plankton, die einen Shoutout rausschauten, die war, bei ihrem Mediamarkt gab es Spiele im Sonderangebot, davon ist eins, glaube ich, schon häufiger mal für die 13 Euro, die es gekostet hat, über den Ladengang, aber ein Spiel ist sogar noch ziemlich neu und auch das ist für 13 Euro über den Tresengang und da habe ich gedacht, da muss ich zugreifen, auch wenn ich auch zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht wirklich was kaufen wollte. Die gute Dame hat mir nämlich mitgebracht, Guardians of the Galaxy soll ja, das ist viel gelobt, tolle Geschichte, toller Humor und hast dich gesehen, ich habe nur ein Problem, entweder spiele ich Englisch, um das genießen zu können oder ich ärgere mich über die deutsche Sprachausgabe, weil ich habe Testvideos gesehen und die deutsche Sprachausgabe und die deutsche Sprachausgabe, ja, die finde ich, klang so für mich jetzt nicht so gelungen, aber ich denke, damit ich es verstehe, werde ich das trotzdem irgendwann mal auf Deutsch spielen. Ich weiß gar nicht, hat das eigentlich auch ein kostenloses Upgrade? Naja, PS5 Upgrade verfügbar, vielleicht irgendwann mal, also ich kann es schon für Vierer spielen. Erstmal wollte ich es günstig mitnehmen, wahrscheinlich bis ich dazu komme, es zu spielen, kriegt man es überall für 12,99 Euro, aber ihr kennt das ja, oder 13 Euro, wenn man das erstmal kriegen kann, zuschlagen. Ist ja, wie gesagt, soll ja eines der guten Marvel-Spiele sein. Tatsächlich auch noch so, ich weiß gar nicht, Square Enix hat ja ganz viele Marken verkauft, haben die sich auch von Marvel getrennt? Naja, für den Preis, das ist eindeutig, also zum einen, weil es mich prinzipiell interessiert, weil es ja Marvel und Superhelden und wird auch gelobt, bei dem Preis konnte ich nicht nein sagen, genauso wie ich am nächsten Spiel schon zigmal vorbeigeschlechen bin und ganz viele Leute gesehen habe, die es immer mal wieder günstig bekommen haben und jetzt hat die Planktonia, der Planktonia, ich glaube die, mir das auch mitgebracht, auch für 13 Euro in einer durchaus schicken Hülle von Quantic Dream, ich glaube das erste, nee nicht das erste, eins der ersten Spiele, das erste Spiel ist glaube ich, das erste Spiel ist hier, war es nur auf dem PC erschienen, jeweils, Fahrenheit in der 15th Anniversary Edition, nun muss ich ja gestehen, ich habe bis jetzt eigentlich nur Detroit Become Human ein ganzes Weichen gespielt, ich habe nur Beyond the Souls durch, ich habe Heavy Rain mal ganz kurz angefangen und hatte schon keinen Bock auf Quicktime Event beim Zehnterputzen, ich weiß nicht wie das ist, ich kriege immer wieder von Sablo zu hören, ist nur ein PS2 Port, ist bei Quantic Dream eigentlich nicht so wichtig, finde ich, das sind halt Story Spiele, so hier ja auch, da kann ich halt nichts zu sagen, ich weiß gar nicht, diesen Paranormal, Paranormal ist schon mal gut, weil das ist ja das, was viele bei Beyond the Souls nicht wirklich mochten, was aber für mich das, noch das positive I-Tüpfelchen war, ich mag es Paranormal, und auch hier, diesen paranormalen Thriller, wird New York City von einer Serie mysteriöser Morde paralysiert, normale Menschen werden besessen und töten vollkommen Fremde in der Öffentlichkeit, okay, nehmen sie beide Perspektiven dieser Mordverschwörung ein und enthüllen sie die übernatürlichen Kräfte, die hinter diesen Verbrechen stecken, ich bin der Meinung, ich weiß nicht, ob das als Spoiler gilt, wenn ich falsch liege, sowieso nicht, dass man selber auch irgendwie involviert ist oder so, als Ermittler, aber das klingt schon spannend, Übernatürlich und Mordserie in New York, da hab ich mal Bock drauf, so, und das letzte Spiel im Bunde, der Elefant im Raum, die Maus auf der Torte, oder so, keine Ahnung, ist nicht das erste Mal, dass ich das Spiel kaufe, aber das erste Mal digital, ach Quatsch, das erste Mal Retail, weil From Software, und damit wisst ihr wahrscheinlich schon welches, weil ich glaube, ich habe alle From Software Titel, Retail, ja gut, wenn wir jetzt mal von den ganz alten, ja wie hießen die denn, auf der Playstation 1, der Urvater von Dark Souls, Kings, Knights, Knights, Kings, Kings, Knights, Knights, Kings of Glory, irgendwie sowas, ihr wisst das wahrscheinlich, die hab ich nicht, weil die kosten mehr, als so ein Collector Edition von Elden Ring, und damit hab ich auch schon gesagt, Elden Ring nachgekauft, in der, ist das diese Day One Edition, hat ja auch ein PS5 Upgrade, vor dass es mal jemand zum Tragen kommt, weil digital hab ich es mal gekauft, für die Series S, ähm, ich glaube, das ist die Day One Edition, weswegen hier dieses Büchlein dabei ist, Elden Ring hab ich tatsächlich noch gar nicht so lange gespielt, wie, äh, aufkleber und Art, 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 und so, wie auch immer, hab ich tatsächlich noch gar nicht so lange gespielt, der, Finchi war ja mega super duper Hype, und ich hab ja auf, äh, im Community Tablet Umfrage gestartet, ob ihr, gut, ich hab die Frage ungünstig gestellt, ich hab gefragt, ob ihr, das, wenn ich ein Let's Play machen würde, das durchgängig gucken würde, ich hätte einfach nur fragen sollen, würdet ihr es gucken, und die Umfrage hab ich nur gestartet, weil Finchi mich bedrängt hat, die Frage ist immer noch offen, weil hier gucken ja wahrscheinlich mehr Leute zu, als im Community Tab, habt ihr Bock, dass ich dazu ein Let's Play mache, dann würde ich mich vielleicht, ich hatte es ursprünglich diese Woche vorher im Urlaub, aber, da hatte ich noch keinen Bock zu, dann würde ich mich vielleicht daran wagen, und euch auf meine Reise mitnehmen, aber nicht auf diesem Kanal, das heißt, alle, die keinen Bock drauf haben, müssen es nicht sehen, alle, die Bock drauf haben, können freundlicherweise dann auf dem anderen Kanal mitkommen, ich weiß nicht, vielleicht hau ich den, da weiß ich dann ja schon mal prinzipiell, wir sind jetzt sowieso am Ende gekommen, alle, die nicht so viel Aufmerksamkeitsspanne besitzen, sind jetzt schon weg, und dementsprechend, widme ich mich, nein, wende ich mich jetzt an die Menschen da draußen, die jetzt immer noch dabei sind, die entweder zum Ende skippen, oder bis zum Ende schauen, wenn ihr die Fraktion Menschen seid, die auch bei mir gerne Gameplay gucken, man muss leider sagen, das ist auf meinem Kanal immer weniger geworden, aber ich möchte es gerne trotzdem weiterführen, möchte aber, auch wenn ich, ja ich weiß nicht, eigentlich muss ich ja nicht auf den Algorithmus achten, und auf all so ein Scheiß, aber ich habe jetzt einfach beschlossen, damit die Watchtime davon, und die wenigen Aufrufe, mich auf meinem Hauptkanal nicht stören, lagere ich das einfach aus, auf diesem wird es jetzt labern, also es wird auch mal um Spiele gehen, aber dann werde ich nur labern, nicht dabei spielen, und auf dem anderen Kanal, der ganz spannend, Pronoplocade zockt, das heißt, gibt es dann, Let's Play, angezockt, Sessions, Gameplay, bla, habe ich schon gesagt, also wenn ihr da Bock drauf habt, ich haue das jetzt einfach doch in die Videobeschreibung, schon mal, dann könnt ihr schon mal in Vorleistung treten, und abonnieren, wenn ihr Bock habt, dann habe ich direkt Zuschauer, wenn ich das erste Video da, reingekloppt habe, wann genau das passiert, weiß ich noch nicht, hängt auch alles so ein bisschen ab, von den Dingen, die da vielleicht nach dem 31.05. passieren mögen, aber ihr werdet es sehen, wenn der Deal klappt, ist cool, dann habe ich aber in dieser Zeit auch nicht mehr so viel Geld, für Spiele übrig, das ist aber nicht schlimm, wenn es nicht klappt, läuft alles quasi weiter wie bisher, und ich habe auch nichts verloren, ich kann nur gewinnen bei dem Deal, wenn er vonstatten geht, es gibt eine Person da draußen, oder vielleicht so ein paar, so von Finchis, die auf der Finchis Discourse sind, die wissen, worum es geht, oder ahnen, worum es geht, eine Person weiß jetzt ganz eindeutig, du spoilers bitte nicht in den Kommentaren, weil wir wissen ja noch nicht, ob es klappt, aber trotzdem danke, dass ihr es überhaupt machen würdet, sieben sei, genug, vom heißen Brei gesappelt, so, wie heißt das, nebulös, oder so, ich bedanke mich an dieser Stelle, für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für das Zusehen, oder Zuhören, je nachdem, wie ihr dieses Video konsumiert habt, haut mir in die Kommentare, was ihr zu der Ausbeute haut, was ihr von der Ausbeute haltet, wie ihr es auch sonst tut, und, ob ihr davon vielleicht irgendwas sehen möchtet, dann könnte ich mal ja wieder anfangen, mal wieder Listen zu machen, man könnte zum Beispiel auf den anderen Kanälen auch mal dieses Nestagi, Nestagi, Dossiers, vielleicht alles mal wieder blieben, da, mal schauen, weil ich hab noch keinen Plan gemacht, ich muss erst mal so richtig, wieder so, die Motivation, und das ganze Setup haben, alles so zu machen, wie man es machen könnte, Tschüss, bis zum nächsten Video. 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 Vielen Dank.